Schockierende Einmeldung, diese gesamten Flüchtlinge aus dem Gazastreifen, wo sich die Lage immer mehr zuspitzt, sollen nun nach Deutschland kommen und die Behörden schlagen jetzt schon Terroralarm, denn die Lage im Gazastreifen spitzt sich nun immer mehr zu, es eskaliert immer mehr, immer mehr Leute sterben auch und deswegen sollen diese ganzen Flüchtlinge oder ein großer Teil einversucht nach Deutschland kommen. Anne Hinder Baerbock hat jetzt vor kurzem gesagt, es hat ja auch einen riesigen Shitstorm damit aufgelöst auf Twitter, dass eben es schon denkbar ist, dass es eine deutsche Beteiligung gibt an dieser sogenannten Gazastruppe, also Leute, die dann im Gazastreifen die Bürger schützen, also eine deutsche Beteiligung. Das heißt im Klartext, dass deutsche Bürger, deutsche Soldaten da in diesen Gazastreifen reingehen würden, in diese sogenannte Schutztruppe gehen würden und dann möglicherweise, wie es in dem Krieg ja üblich ist, auch einfach sterben. Warum? Weil sich Deutschland da einmischen soll und die Frage ist natürlich, Baerbock sagt, sie kann sich das vorstellen, was ist denn mit den Soldaten, die es am Ende ausbaden müssen, denn am Ende des Tages ist es ja nicht sie, wo du in den Gazastreifen gehst und in dieser Schutztruppe sich engagiert, wie man es so immer nennen will. Nein, es werden deutsche Soldaten, deutsche Bürger und am Ende des Tages wäre es dann auch wieder, wenn dann eben, wie wir sehen in dem Krieg, wieder Bürger sterben oder einfach die Soldaten sterben. Von Israel sterben ja auch immer noch Leute, weil es ja auch Leute, viele gibt, die eben zu den Hamas halten im Gazastreifen. Einer der Gründe, warum Israel ja auch nicht aufhört, dann würde es natürlich am Ende des Tages noch wieder deutsches Blutvergießen wahrscheinlich bedeuten, weil die natürlich nicht davon ausgenommen werden. Weil Deutschland ist ja klar, ist ja gar keine Frage auf der Seite Israel und damit von den Hamas der Gegner, was würden die Hamas machen? Genauso gut die Deutschen umbringen. Und das wäre natürlich deutsches Blutvergießen, was man ja eigentlich verhindern könnte, weil wieso sollten sich die Deutschen da einmischen im Gazastreifen? Also nicht irgendwie für Israel, sondern im Gazastreifen. Und das hat natürlich einen riesigen Shitstorm ausgelöst. Kommentieren Sie mal an dieser Stelle Ihre Meinung in den Kommentaren, dass Sie auch davon halten, ob diese Schutztruppe, ob man die im Gazastreifen machen sollte. Kommentieren Sie Ihre Meinung, abonnieren Sie mich kostenlos, um in Zukunft keines Videos mehr zu verpassen. Jetzt bedanke ich mich sehr für ein kostenloses Like und für Ihre Meinung in den Kommentaren.